Sollen wir den mal ein bisschen auf den Sack gehen? Warte mal, haben wir diesen Panzer? Warte mal, warte mal. Ich hab den, glaub ich, auf der Bank. Warte mal, wir machen jetzt ein bisschen Fun hier. Wo hab ich den? Also, wir holen uns jetzt erst den Agentumsknappen. Das wird jetzt hier der Guide. Wie fuck ich Leute ab? Erst den Agentumsknappen holen. Nicht knacken, sondern knappen. Dann auf die Bank. Dann brauchen wir ein Item, was ich hier eigentlich eingelagert hab. Irgendwie Panzermiss, das heißt... Warte mal, hier ist es, oder? Ja, hä? Da haben wir's. So. Jetzt usen wir den Panzer. Tun den Typen abmountain. Habt ihr das gesehen? Und jetzt fucken wir den Dude ab. Jetzt fucken wir den Dude ab hier. So, warte, das machen wir mal zu hier. Ich hab leider keinen Stun mitgeskill. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich babbeln. Ah, ne, er drückt Hand auflegen. Okay, das ist ihm wichtiger. Ich hab jetzt halt total Shitty Gear an, weil ich halt einfach nur Item Level anhab. Jetzt, jetzt merkt er grad, dass er nicht viel reißt, ne? Ich könnt ihn, ich könnt ihn auch noch irgendwo runterkicken. Okay, jetzt hat er, jetzt hat er so'n Hammer raus. So'n Hammer ausgepackt. Jetzt versucht er wegzukommen. So, jetzt versucht er wegzukommen. So, warte, jetzt charge man nochmal. Und da geht er down. Da geht er down. Was, was schreiben die? Die Gruppe löst sich auf. Where is your love people? Und da hat er zehn Punkte ab. Okay, das war jetzt, das war jetzt der Assi-Guide. Wie fuck ich Leute ab? Aber wenn ich jetzt hier auf den Schar warten muss, dann mach ich lieber sowas. Gab zehn schöne Punkte und die Gruppe ist anscheinend tot, wie das hier scheint. Ja gut, der Typ, der war jetzt bestimmt ein bisschen angepisst. Ja, irgendwie hier auf dem Maut hat gewartet, bis der Schar kommt und wird einfach umgenutzt. Ich bin, ja, ich bin gemein. Manchmal muss das sein, wenn mir langweilig ist. Jetzt gehen wir aus der Gruppe raus. Ich bin, ja, ich bin, ja, ich bin, ja.